Wenn du zufällig einen Autounfall miterlebst, bist du ein wichtiger Zeuge. Du siehst, wie die beiden Wagen ineinander krachen, wie die Fahrertür aufspringt, dass der verletzte Fahrer in seinem Sicherheitsgurt hängt und wie sein Blut auf die Straße tropft. Was du da siehst und erlebst, brennt sich in dein Gedächtnis ein. Diese Bilder vergisst du nicht mehr. Und wenn dich später jemand fragt, wie das war, dieser Unfall, dann kannst du ihn beschreiben, denn du warst dabei. Später wird ein Sachbearbeiter in seinem Versicherungsbüro sitzen und den Fall bearbeiten. Der guckt sich dann die Fotos an und liest den Unfallbericht. Aber er kennt den Unfall nur aus der Aktenlage. Ein Sachverständiger ist eben kein Zeuge. Ein Jünger Jesu muss ein Zeuge sein, nicht nur ein Schriftgelehrter. Einer, der Jesus nicht nur vom Hörensagen kennt, nicht nur aus Predigten, nicht nur aus theologischen Büchern. Damit du mich nicht falsch verstehst, Theologie ist wichtig und Predigten können manchmal, wenn sie gut sind, sehr hilfreich sein. Aber zum Jünger wirst du, wenn du Jesu Nähe und sein Handeln in deiner Geschichte entdeckst. Wenn du entdeckst, dass die wichtigen Erfahrungen in deinem Leben etwas mit Gottes Führung und Begleitung zu tun haben. Ein Jünger weiß, dass Jesus lebendig ist und sich heute um uns kümmert, weil er das selber erlebt hat. Und er kann davon erzählen. Jesus sucht keine Bewunderer, keine Sachverständigen. Er wünscht, dass seine Christen Jünger werden. Ein Jünger ist ein Lernender. Einer, der Jesus als Lehrer akzeptiert. Und ein Jünger ist ein Zeuge. Er kann erzählen, was Jesus in seinem Leben Gutes getan hat. Dass wir unsere Erfahrungen mit Gott nicht als Privatsache ansehen, dass wir bereit sind sie zu bezeugen, darum bete ich im Nachtgebet. Und bleib wieder dran, morgen geht's weiter mit diesem kleinen Schnellkurs Jünger Jesu werden. 22 Uhr DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar 22 Uhr DOMRADIO.DE DEIN NEU 22 Uhr DOMRADIO.DE